Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Das Video kann man ganz kurz uncut. Und zwar, das Minecraft-Turnier findet diesen Samstag statt, also morgen Leute. Um 18 Uhr ungefähr werde ich streamen und da wird das Minecraft-Turnier stattfinden. Ich möchte in dem Video einfach mal ganz schnell noch besprechen, oder paar Sachen halt besprechen. Erste Sache ist, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, GTA-RP werde ich komplett ablösen. Also es wird kein GTA-RP als Aufnahme bekommen, nur als Streams. So, das ist das Erste. Zweiten, schreibt bitte mal in die Kommentare, was soll ich nach dem Minecraft-Turnier für Videos bringen. Entweder lustige Videos oder keine Ahnung was für Videos oder Tutorials und wenn ja von welchem Spiel. So, ähm, ja genau, ich und David Rush haben geplant, ähm, bald mal Minecraft-Turnier zu planen, ein Streaming-Projekt, wo dann natürlich auch Zuschauer mitspielen können. Und, ja, genau, Leute, falls es nicht klappt mit dem Stream, also ich werde alles versuchen, der ich streamen kann, äh, aber falls komplett nicht gehen sollte, der ich streamen kann, äh, dann verschieben wir es halt auf ein anderes Mal. Also da werde ich euch alle nochmal Bescheid geben dann, also, äh, sprich, wir sind alle in der Map, wir haben uns versammelt, und, ähm, mein Stream kackt die ganze Zeit ab. Äh, und ich kann gar nicht mehr streamen oder komplett Internet-Ausfall oder irgendwas. Dann werde ich euch, ähm, mitteilen, ähm, dass es eine Woche später stattfindet. So, hat jemand gewonnen, äh, kriegt er ja dann 10 Euro PSN, beziehungsweise halt auf der Plattform, die er halt spielt, das Guthaben. Und, Leute, da kann es tatsächlich sein, äh, dass es verzögert kommt, dass 1, 2 Tage verzögert kommt, ähm, oder dass ich 1, 2 Tage verzögert schicke. Also nimmt mir das auf jeden Fall nicht übel. Und, ähm, ja, achso, ja, Leute, wenn ich kann, wer morgen jetzt keine Zeit hat, äh, gegen 18 Uhr am Minecraft-Tournier zu spielen, schreibt bitte, äh, hier in den Kommentaren, ich kann nicht mitmachen und so, oder ich kann vielleicht mitmachen, dann weiß ich schon mal Bescheid. Also, Freunde, ich bin schon mal gespannt, weil es am Start ist, auf jeden Fall. Ich habe ja im letzten Video schon mal eingeblendet, weil es am Start ist. Ähm, ja, auf jeden Fall werden wir aller, aller mindestens zu dritt sein, wobei ich denke, dass wir eigentlich so mindestens zu 5 sein werden. Ähm, und ja, Freunde, ach ja, genau, eine wichtige Information noch, wir werden das Ganze, ähm, so machen, äh, dass wir keine selbstgebauter Arena nutzen, so einfach die Minispiele von der, äh, alten Version. So, ich hoffe, das ist jetzt für jeden okay. Und, äh, ja, ich weiß, was jetzt zu sagen gibt, doch. Achso, ja, falls Fragen, wie bei jedem Video, einfach in die Kommentare, schreibt, schreibt, Leute, wichtig, morgen stellt sich den Wecker oder, keine Ahnung, irgendwas, um 18 Uhr. Ja, um 18 Uhr, ähm, ja, ist das Minecraft-Turnier, kommt die, also umso mehr Leute wir sind, umso besser, ähm, und, ja, also, achso, ja, genau, noch eine Sache, ähm, beispielsweise, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ob die, wenn die Person gewonnen hat, ob es dann immer noch so ist, aber, ähm, zum Beispiel Face-Typen, aka Justin oder so, haben gesagt, oder ein paar Leute haben in den Kommentaren mal geschrieben, yo, ich mach mit, aber nicht wegen dem Geld, wenn ich gewinnen sollte, dann, äh, will ich das Geld nicht, brauchst du nicht geben, hat zum Beispiel Justin in seinem Stream mal, äh, vor ein, zwei Tagen gesagt, so. Ähm, natürlich, Leute, es ist irgendwie kein Betrug, der ich, äh, den Leuten nicht gebe, oder so, da irgendwie, es ist alles real, Leute, ich würde euch niemals verarschen, weil, dann würde ich kein Minecraft-Turnier machen. So, aber, Freunde, jetzt kommt das große Aber, wenn ihr das, wenn ihr sagt, okay, ich hab jetzt gewonnen, aber ich möchte das Geld, oder kann ich vielleicht, äh, ja, um dem Kanal weiterhelfen. So, Leute, dann könnt ihr sagen, und es könnt, werdet ihr auch wahrscheinlich, oder könntet ihr auch in einem Video-Streams sagen, am besten, ähm, wenn ihr das Geld nicht wollt, dann könnt ihr einfach sagen, ja, Banane, behalte es, aber investiert es für irgendwas Wichtiges für den Kanal. Damit würdet ihr natürlich dem Kanal weiterhelfen, ähm, beispielsweise für Equipment oder so, für besseres Mikrofon und so, ähm, oder wenn ihr halt das Geld selbst wollt, könnt ihr es halt auch selbst haben. Ich bin euch da nicht böser, äh, oder, ja, mir ist eigentlich egal, ob ich es dann selbst nimmt oder so. Und wer jetzt da hier irgendwo in den Kommentaren schreibt, Scam, Leute, ich hab noch nie ein Fake-Money-Klitcho, geladen, ich hab noch nie geklickt bei den Knicks, also wirklich, ihr könnt mir vertrauen, und ich hoffe, ihr habt mehr Vertrauen auf jeden Fall, ähm, wenn ihr noch neu seid, lasst ein Abo und Like da. Übrigens, jetzt werden, äh, keine Leute mitmachen als die, wo sich damals gemeldet haben, äh, die sind jetzt fest dabei. Vielleicht, wenn noch eins, wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt halt mal einfach. Und, ähm, ja, das war's Video, grad mal ganz kurz ankart. Sorry, Freunde, wenn's etwas zu lange geht und ciao.